Was ist der erste Album, der sich auf jeden individuellen Saison beinhaltet? Wenn man sich an die vier Säulen denkt, was ist der erste Album, der sich auf jeden individuellen Saison beinhaltet? Fall, Spring, Winter und Sommer. Winter würde ich jetzt die Homogenik von Björk sagen. Und Frühling fällt mir ein, die Platte von mir, ich glaube Stille Post heißt die. Sommer...Sommerplatte. Die richtige Sommerplatte. Oh ja, da gibt es eine von Whisper Town 2000, das ist eine Band aus Kalifornien. Die erste Platte, ich weiß nicht wie die heißt, das ist eine Sommerplatte. Herbst. Herbst, ja. Herbst, ich will fast einen sagen, irgendeine alte von Bright Eyes. Alte Bright Eyes Platte. Ja. Ich würde gerne wissen, was euch am meisten beeindruckt, wenn ihr Leute live Musik machen seht. Wir kommen uns jetzt an, dass wir auch hier siguiente in die Reform concerns sind. Ja.